Was kannst du am Mond machen? Gumm spazieren gehen. Inneforschen und Mondstab und Mondgestell sammeln. Hüpfen! Das kann man gut beim Mond. Herum hüpfen. Wie werde ich meine Rakete benennen? Polly! Dili! Ben! Der Dackel los. Ich könnte Adler oder fliegende Heer nehmen. Es ist so. Ich bin der Dackel los. Vielen Dank.